So, hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. So, ich wollte heute einmal ein bisschen trainieren mit euch. Ihr habt hier über die Feiertage ein bisschen Stoff. Ich werde noch ein Video machen vor den Feiertagen. Ja, und ja, wie gesagt, bitte immer den Risikohinweis lesen. Heute geht es um das Training Griechen. Und da nehmen wir jetzt einfach mal die wichtigsten heraus. Das wäre Delta Gamma Theta Vega Rho. Rho, wie gesagt, ist eher so, nicht so ganz bedeutend, weil die Zinsänderungen ja hier nicht so häufig vorkommen. Die interessanteren sind eben Delta Gamma Theta Vega. Gehen wir mal ganz schnell durch und dann gehen wir ins Training. Delta misst die Änderung des Optionspreises in Reaktion auf eine Veränderung des Basiswertes. Zum Beispiel Aktienkurs, können aber auch Future sein, ETFs, egal. Ein Delta von 0 bis 1 für Calloptionen und Minus 1 bis 0 für Putoptionen zeigt an, wie stark sich der Optionspreis ändert, wenn sich der Basiswert ändert. Gamma zeigt die Rate der Veränderung des Deltas an. Das werden wir dann trainieren. Gamma misst, wie stark sich das Delta eine Option verändert, wenn sich der Preis verändert. Das Theta misst den Zeitwertverlust einer Option pro Tag. Theta zeigt, wie sich der Optionspreis verändert, wenn sich die Zeit bis zum Ablauf verringert. Optionen verlieren typischerweise an Wert, je näher sie zum Ablaufdatum kommen. Vega zeigt die Sensitivität des Optionspreises gegenüber Veränderungen der erwarteten Volatilität des Basiswertes an. Höhere Vola führt normalerweise zu höheren Optionspreisen, während niedriger Vola zu niedrigen Preisen führt. Und roh, habe ich auch ein Video gemacht, misst die Veränderung des Optionspreises in Reaktion auf die Änderung des risikofreien Zinsatzes. Wie gesagt, die Call-Optionen werden teurer, die Put-Optionen billiger. Und dann gehen wir gleich mal ins Training. So, dazu gehe ich mal in das Demo-Konto hier. Ich habe schon BMW vorbereitet. Und anhand von BMW werden wir jetzt hier einfach mal die Griechen trainieren. Das geht jetzt hier nicht um eine Strategie, sondern einfach um die Option-Mechanik ein bisschen besser zu verstehen. Ja, und dann legen wir doch einfach mal los. Wir haben hier eben das Underline. Die Optionen beziehen sich natürlich auf das Underline. Bei der Eurex haben wir amerikanische Ausübungsstile und europäische Ausübungsstile. Bedeutet, europäisch, und das ist sehr interessant, können erst am Ende der Laufzeit ausgeübt werden. Das würde auch bedeuten, wenn wir zum Beispiel jetzt hier bei BMW Optionen covern, können wir nicht angedient werden. Der Long-Call-Inhaber kann nicht ausüben, während bei amerikanischen der Long-Call-Inhaber eben ausüben kann. Wenn die Option, wenn es sinnhaft ist, wirtschaftlich sinnhaft, ist aber sehr selten. Eher selten, aber nochmal so zur Info, das ist interessant, das haben leider die Amerikaner noch nicht. Das wäre schön, weil dann könnte man eben Covered Calls machen, ohne die Angst haben, hier die Aktie zu verlieren. Das nur eine kleine Nebeninfo. Wir bleiben, ist auch egal, bei den normalen, in Anführungszeichen, amerikanischen, beziehen sich auf das Underline. Und eine Option bezieht sich immer auf 100 Aktien. Bei den Futures ist es zum Beispiel ein Future. Und diesen Preis, den wir hier sehen, 2,38, müssen wir mit 100 multiplizieren, weil sich das hier auf 100 Aktien betrifft. Dann würde hier praktisch die Option 238, 190, 115 und so weiter kosten. Wir haben die Calls und die Puts Call. Wir haben das Recht, wenn wir ein Call-Inhaber sind, die Aktie hier zu erwerben. Und wenn wir Short Call hier haben, dann hier die Aktie zu verkaufen. Und auf der anderen Seite haben wir das Recht, bei den Puts die Aktie hier zu einem bestimmten Strike zu verkaufen. Beim Short Put eben müssen wir sie kaufen. Interessant ist hier, wie gesagt, wir haben hier die Deltas, Gammas, Vegas, Thetas. Was ihr hier auf den ersten Augenblick seht, ist Delta ist hier Plus bei der Call-Seite. Oder hier auf der Put-Seite ist das Delta Minus. Und hier gilt die ursprüngliche, ja was heißt ursprüngliche, in der Schule haben wir es ja gelernt, Minus mal Minus ist Plus. Also wenn wir einen Short Put, also wenn wir einen Put verkaufen, Minus mal Minus ist Plus, sind wir ja Aktie Long. Wenn wir einen Put kaufen, nur kaufen, sind wir Aktie Short wegen Minus. Und wenn wir einen Call kaufen, sind wir Aktie Long. Und wenn wir einen Call verkaufen, sind wir eben Aktie Short, weil Verkaufen Minus Aktie Short. Das ist das Spiel. Wir haben hier verschiedene Zahlen. Ihr seht, das Delta ist Edse Money 0,5 und wird dann immer größer. Das heißt, alle Optionen haben Edse Money ein Delta 0,5. Alle. Schaut mal her, wir gehen hier einfach mal ein paar Monate raus und wir werden sehen, da ist es hier nicht ganz genau, aber so grob. Ja, da ist es aufgrund des Zinses von Roh ein bisschen hier verschoben. Aber wir kommen halt, ja um den Edse Money Preis haben wir eben, also immer Delta 5, hier haben wir kein Delta, doch haben wir auch. Hier seht ihr Delta 0,5, egal welche Laufzeit wir hier wählen. Und die kleineren Delta Zahlen sind ja eher out of the money, weil hier das Delta klein ist und hier haben wir größere Deltas, weil wir auch eben im Geld sind. Bedeutet eigentlich auch im Umkehrschluss, je höher das Delta, desto näher ähneln wir dem Underline. Das Underline ist ja Delta 1. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Option tief im Geld kaufen mit einem hohen Delta, dann ist es ja gleichbedeutend wie, ähm, wir sind praktisch, ja. Wir laufen nach oben, ne, und nach unten wie die Aktie mit dem einzigen Vorteil, dass wir nach unten nur bis 80 begrenzt sind mit dem Verlust, während wir bei der Aktie natürlich bis, also 100 verlieren können ungefähr, ja. So, ne, wir sehen, oder wir diskutieren jetzt einfach mal ganz kurz nochmal das Delta. Schauen wir mal her. Ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt, sag ich mal, ja, dieses, den Strike von 100 kaufen, ne, wir kaufen zum Beispiel jetzt hier diesen Call, dafür geben wir 190 Euro aus und kaufen ein Delta 0,45. Das bedeutet, Achtung, wir sind 45 Aktien long, ne, ganz simpel. Wir sind nicht 100 Aktien long, sondern in dem Fall sind wir 45 Aktien long, ne. Ähm, steigt der Markt, ne, wenn der Markt um einen Punkt steigt, haben wir vorhin gelesen, dann verändert sich ja das Delta. Das Delta wird ja größer. Und wir haben hier das Gamma und da sehen wir diese Zahl, ne, und diese Zahl, wenn der Wert um, ne, eine Dollar steigt, dann wird das Delta eben um diese Summe hier größer, ne. Und wir sehen schon, dass das fast hinkommt, ne, mit einem Euro, ne, dass wir hier 0,52 noch ein paar zerquetscht, das passt eigentlich ganz genau, sehr schön gemacht, Priva BMW, Dankeschön, wie immer, sehr korrekt. Äh, Vorsprung durch Technik, nein, das ist was anderes. Ich selber habe früher mal, ja, weiß ich, 18 war ein BMW gefahren. Meine Mutter hat da so einen alten BMW gehabt, aber sonst, ehrlich gesagt, äh, nicht. Aber interessantes Auto. Ähm, mag er Volkswagen. Ah ja, Quatsch, äh, Dings. Na, Audi. Ja, naja, ist egal, ich habe es mich geoutet. Gut, ne, das wäre hier das Gamma. Ja, und je, ne, mehr hier, äh, die Aktie steigt, desto, ähm, ja, teurer wird, oder desto größer wird das Delta sozusagen, ne. Bei zwei Punkten kommen hier auch nochmal 0,7 und was dazu. Bitte seid hier nicht so genau, weil durch die Spreads wird auch hier das Delta Gamma Vega manchmal nicht korrekt angezeigt, ja. Ja, also die Mathematiker und, äh, ja, andere hier, die sehr korrekt und konkret sind, äh, werdet ihr da sicherlich ein paar Ungereimtheiten finden, ja. Das liegt aber am Spread. Ja, wenn der Spread, äh, also wenn da, wenn wir da kein Spread hätten in der Form, würde natürlich viel genauer sein, ne. Aber es reicht uns völlig, ähm, unsere Delta Position zu bestimmen, ja. Ja, und ihr seht, je tiefer, wie hier, oder je mehr wir hier steigen und die Option tiefer ins Geld geht, wird natürlich das Delta hier auch eben größer. Und wenn wir hier fallen, dann wird das Delta eben kleiner. Das gilt ja auch umgekehrt, dass wenn der Markt fällt um einen Dollar, dann ziehen wir hier die 0,71 ab, ne. Und dann haben wir ungefähr so einen Wert. Das werdet ihr sehen, das stimmt nicht ganz, aber wir haben eben auch zwei Punkte, ne. Da muss man vorsichtig sein, nicht einen. Das heißt, wir müssen zweimal 0,7 nehmen ungefähr, das sind dann 0,14 und dann kommen wir eigentlich auch wieder fast auf diesen Wert, ne. Das ist das Delta. Jetzt machen wir mal eine einfache Sache. Angenommen, wir kaufen jetzt 100 Aktien und verkaufen, ne, den 100, äh, den 100er Call, ja. Wie viele Aktien sind wir denn tatsächlich long, ne. Ganz simpel, wir haben ja 100 Aktien. Wir verkaufen diesen Call, ne, der hat ein Delta von 0,465. Also 46 Aktien verkaufen wir sozusagen, 100 minus 46, ne, sind 50, ähm, 54, ne. Also 54 Aktien sind wir long. Und das ist auch, deswegen diskutiere ich das nochmal kurz, das ist bei vielen Tradern erstmal so ungewöhnlich. Also sich dran, ja, wie soll ich sagen, sich dran zu gewöhnen, weil man denkt, hey, ich habe ja 100 Aktien. Ja, und ich mache einen Covered Call und man denkt halt, ja, ne, ich bin ja 100 Aktien long. Im Grunde nicht, ne. Durch den Covered Call reduzierst du ja eben deine Aktienanzahl, ja, weil du hier das Delta verkaufst. Ja, so einfach ist das. Das gleiche gilt für die Put-Seite auch. Das heißt, wenn du hier einen Put kaufst bei 98, zum Beispiel, ja, ich mache jetzt mal den Short Call weg. Das bedeutet dann folgendes, wir sind immer noch 100 Aktien, also 100 Deltas long, ne. Jetzt haben wir diesen Put gekauft, also, ne, sind wir minus, sagen wir mal, knapp 40, ne, also 100 Aktien long, ne, sind wir eigentlich nur 60 Aktien long. Bedeutet, kannst du im Kopf rechnen, wenn wir diesen Put kaufen und 100 BMW long gehen, dann verdienen wir pro Euro Anstieg nur 60 Euro. am Anfang, ja. Jetzt wird es interessant. Wenn wir, sage ich mal, 6 Euro steigen, ne, dann verändert sich nämlich unser Delta. Warum? Weil natürlich diese Option, ne, sich weiter entfernt vom Preis und dadurch wird das Delta hier kleiner. Mach das mal weg. Das geht ja gar nicht jetzt. Ja gut. Weil wir auch hier, wenn wir das Gamma nehmen, ne, das sagt uns ja, das verlieren wir pro Punkt, wenn der Markt steigt, ja. Und dann sehen wir, reduziert sich das Delta, ne, wenn wir uns, wenn wir halt, wenn der Markt eben steigt, ne. Und dann hätten wir vielleicht bei 6 Punkten, ja, das wären wir ungefähr bei 92, sage ich mal, ja, was weiß ich, ein Delta 0,15, 1,5, ja. Das wäre dann, 100 Aktien sind wir immer noch long, minus eben nur 15 Aktien. Aha, siehe da, wir sind jetzt nur 85, also wir sind schon 85 Aktien long. Das heißt, je weiter wir hier steigen, desto longer, ja, die Optionssprache longer, werden wir, desto mehr Aktien sozusagen haben wir und dann verdienen wir pro Euro dann schon 85 statt 60 Euro. Na ja, und dann irgendwann, könnt ihr euch ja vorstellen, je weiter wir hier steigen, dann verdienen wir halt nahezu, ja, 1 zu 1, weil wir halt da unten dann kein Delta mehr haben. So ist das ganze Spiel. Achtung, am heutigen Tag. Ne? Am heutigen Tag. Denn, wir kommen jetzt zu unserem Teta. Und Teta ist, sozusagen, ja, der, der Zeitwertabbau pro Tag. Ne? Und wenn man jetzt das mal, wenn alle Werte gleich bleiben, also das gilt für die ganzen Diskussionen in der Optionswelt, wir nehmen an, dass alle Werte gleich bleiben, sonst ist das sehr schwierig zu erläutern, sozusagen, die Mechanik, ne? Also praktisch Vega, Gamma, Delta und der Markt, alles bleibt erst mal gleich. Was sagt uns jetzt hier das Teta? Das sagt Folgendes, dass wir pro Tag ungefähr 4 Euro verlieren, das heißt, der Wert wird hier eben um 4 Euro geringer sein. Ne? Also egal, wenn etwas anderes stehen bleibt, ein Tag vergeht, dann ist diese Option 4 Euro, ne, 30 billiger. Ne? Die oben hier, das sind wir jetzt bei einem, fast 2 Euro, diese wird um 2 Euro billiger. Ne? So einfach ist das. Ja? Das Teta kann nichts beeinflussen. Ne? Also weder die Bewegung noch Volatilität oder irgendwas, ja? Nur die Höhe des Thetas kann beeinflusst werden. Ne? Da kommen wir später drauf zurück. Aber dass Teta Minus ist und jeden Tag abbaut, das kann man nicht ändern. Warum nicht? Ja? Ganz simpel, weil, ja, ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt seid bei der Rektion, aber wir behandeln einfach mal alles, so grob. Wir haben hier den Verfall, Tag 0, da ist Verfallstag. Danach existiert die Option, ich meine, die ist weg, kannst du nicht mehr handeln. Und wir haben hier einen Wert von 100 Dollar. Das heißt, dieser Wert, wenn alle Werte gleich bleiben, muss am Verfallstag verschwinden, also eigentlich auch 0 sein. Und deswegen muss Teta jeden Tag Prämie abbauen, ob es will oder nicht. Jeden Tag muss Prämie abgebaut werden. Das ist natürlich der große Vorteil der Options-Trader, ja, die wir sagen, also die, also man sagt ja eben, wir haben Vorteile des Optionsverkaufs, das ist das, ja, das ist dieser Effekt, dass wir jeden Tag eben Prämie bekommen. Und wie viel können wir hier sehen, ja, das ist also sehr, sehr wichtig und interessant. Das gilt für die Put-Seite als auch für die Call-Seite genau das Gleiche. Jetzt haben wir noch das Vega. Das Vega bedeutet, ne, den prozentualen Anstieg, ne, der impliziten Volatilität, ne, bedeutet also eben pro Punkt, ne, würden wir hier eben entsprechend teurer werden, ne, um diesen Betrag, ne, in dem Fall wären es dann 11 Euro pro Punkt, ne, und wenn die Volatilität fällt, verlieren wir diese Summe. Ich meine, dass die Volatilität eines der wichtigsten Faktoren ist und auch, man muss da immer ein großes Augenmerk drauf haben, ja, weil, wenn man die Volatilität nicht richtig einschätzt oder besser gesagt auch entsprechende Strategien oder nicht optimal fährt, kann man aufgrund des, des Vegas hier Verluste einfahren. Ne, ich mache euch mal ein Beispiel, angenommen, die Volatilität ist generell hoch und ihr kauft jetzt diese Option. Ne, jetzt geht die Wohler um zwei, drei Punkte runter, dann sehen wir hier, wenn alle Werte gleich bleiben und die Volatilität geht runter, dann haben wir hier fast 30 Euro, ne, Minus, ne, und du hast nichts gemacht. Ja, du hast nichts großartig falsch gemacht, weil der Markt kann ja immer noch Bullish sein, ja, aber durch die Volatilität, ja, ähm, oder die fallende Volatilität, hast du vom Timing halt einen Fehler gemacht, muss man so sagen, heißt jetzt nicht, dass du nicht mit dem Profit hier rauskommen kannst, wenn deine Marktmeinung richtig ist, nämlich die Bewegung wird dann das wieder teurer machen, aber man kann sagen, es ist natürlich nicht optimal gelaufen, ne, wohingegen, wenn du sagst, ich habe das verkauft, ja, ich habe geglaubt, dass dann die Volatilität fällt und dann wird es billiger, prima, dann kannst du gleich 30 Euro eintöten, am nächsten Tag schließen und du hast eingetütet. Das wird halt auch am meisten gespielt, logischerweise, und darauf muss man eben achten, da muss man, ja, Meister werden in der Form, äh, zumindest vom Verständnis her, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, wann ist der beste Zeitpunkt, ja, und jetzt ist das so, schaut mal her, diese Griechen, ja, interagieren natürlich ich auch untereinander. Ich mache jetzt einfach mal ein praktisches Beispiel, damit ihr so ein bisschen die Dynamik versteht, ne, so, nehmen wir mal an, wir sind bullish, ich mache es dann doch lieber mit dem Cursor hier, so, wir sind bullish, BMW, du bist der Meinung, in einem Monat werden wir die 102 schaffen, dafür bist du bereit, 100 Euro auszugeben, ne, das ist deine Wette, wenn BMW das nicht macht, sind diese 100 Euro verloren, sage ich mal, und wenn BMW das gelingt, ne, dann ist dein Break-Even halt eben bei 103 oder so, weil du musst erstmal deinen Einsatz verdienen und dann weißt du, hey, wenn BMW 100, 406, äh, bei 106 ist, oder so, bin ich schön im Profit. Jetzt passiert Folgendes, die Volatilität war, war durchschnittlich, jetzt ist der Markt heute um 2 Dollar gestiegen, ne, dann hat diese Option, das können wir anhand von Gamma sehen, ne, so ungefähr, ne, zweimal 0,66, also ungefähr 12, 13 Dollar, ein bisschen mehr, 13 Dollar, ähm, ist die Teure geworden, das kann nicht sein, das sind dann, ne, warte mal, Entschuldigung, das kann man, ich habe es hier, ne, klar, Stellter ist 0,3, also praktisch 30 Dollar, 2 Dollar wären dann 60 Dollar, aber wir kriegen ja da noch ein bisschen was dazu, ja, sagen wir mal, ne, 62, 64, so 60, was um die 60 Dollar, ne, wir werden ungefähr so diesen Preis haben, ne, grob, unsere 120 Euro sind heute, wenn, ne, der Markt steigt um 2 Euro, und dann haben wir einen Profit, jetzt sagst du, super, es läuft, ja, ich habe recht, endlich, mal, irgendwann, hast du gehört, Schatz, so, dann sagst du, ich bleibe über Nacht drin, ne, was passiert, ne, das Theta verändert sich hier, wir kriegen ja ein größeres Theta, weil wir auch mehr Zeitwert haben, sagen wir, wir haben dann so ein Theta, ungefähr, ja, das sind 4 Euro am Tag, ungefähr, das heißt, deine Option ist nicht mehr 100, 193 wert, sondern halt eben 100, ja, was weiß ich, ne, 188, also du hast eigentlich schon einen kleinen Verlust am Tag, ne, und dann sagst, okay, es passiert jetzt nichts, jetzt passiert, jetzt wartest du nochmal einen Tag, und dann verlierst du wieder 4 Euro, ne, dann merkst du langsam, ne, dass dein Gewinn schrumpft, jetzt passiert noch was Schlimmes, die Volatilität geht zurück, ne, das heißt, Vega wird dir auch bei einem Punkt, sage ich mal, Prozentpunkt, dir auch nochmal 10 Euro klauen, ne, so, das heißt, wenn zwei Tage vergehen, und die Vola um einen Prozentpunkt fällt, dann verlierst du, vielleicht, sagen wir, das ist immer ganz grob, ne, so 20 irgendwas Euro, das heißt, von den ursprünglichen 100, sagen wir 90, hast du jetzt nur noch 170, nach zwei Tagen, jetzt kommt, jetzt kommt, wie es immer kommt, der Markt geht nochmal ein bisschen zurück, was passiert dann, naja, wir haben ja das Gamma, ungefähr, ne, dann wissen wir, aha, um diesen Betrag, wird die Option wieder, also billiger, ne, also das Delta wird hier, also wir werden das Delta berechnen, Entschuldigung, ne, und pro einen Punkt auch noch das, das Gamma dazu, das heißt, dann verlierst du wieder 30 Euro pro Euro, ne, also wenn der Markt um einen Euro fällt, verlierst du nochmal 30, dann bist du, ja, mit ein bisschen Gamma noch, eigentlich gar nicht mehr im Plus, ne, also Markt steigt am ersten Tag 2 Euro, du wartest zwei Tage, die Vola geht zurück, und dann geht der Markt um 1 Euro zurück, hast du kein Gewinn mehr, ne, so einfach ist es, jetzt kommt einfach was Positives, ne, ähm, jetzt steigt die Vola wieder, die Volatilität, ne, das heißt, du bekommst, in dem Fall, wenn wir ungefähr hier sind, wieder 10 Euro drauf, ne, prima, ne, das heißt, deine Option wird wieder teurer, und, du bist wieder im Gewinn, und so weiter, und so weiter, ne, das heißt, du siehst, ähm, diese Faktoren, beeinflussen dann jeden Tag, den Preis der Option, ne, und das kann einmal vorteilhaft sein, und einmal nachteilhaft, ja, ich meine so, dass, also ich meine es, dass, ähm, wenn du einmal im Gewinn bist, der verhältnismäßig ist, sollte man überlegen, die Position zu schließen, und möglicherweise eine neue aufzustellen, aufzusetzen, und der Grund ist jetzt in dieser Erklärung, ja, weil nämlich, ja, Faktoren dazukommen, dass, dass du sagst, ich lasse es laufen, aber wir haben das Teta, wir haben das Vega, und wenn sich das verändert, ändert sich dein Gewinn, und man ist halt verärgert, ne, und daher, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, wir kaufen für 120 Euro, das Ding, und wenn wir 50 Euro Profit haben, ja, das sind ja, was weiß ich, 40, 50 Prozent, ja, bisschen weniger, äh, dann gehen wir vielleicht raus, ja, denn, wir können ja, weitere Calls kaufen, die höher sind, zum Beispiel, aber wir hätten ja schon Gewinn eingetütet, ne, das ist jetzt schon ein bisschen weiter, aber, das kommt ja eben aus der Diskussion, diese Erkenntnisse, ne, deswegen, hoffe ich, dass hier so ein bisschen, ähm, trainiert habt, und wir werden hier, in der nächsten Sitzung, dann nochmal, ja, vielleicht weitermachen, danke euch, und viel Spaß, Tschüssi, Tschüssi.